Zürich Mit rund 428.000 Einwohnern ist Zürich die grösste Stadt der Schweiz. In Zürich befinden sich nicht nur der schweizweit grösste Finanzplatz und Verkehrsknotenpunkt, sondern auch mit insgesamt über 52.000 Studenten die beiden landesweit grössten universitären Hochschulen. Mit fast 28.000 Studenten liegt die vom Kanton getragene Universität Zürich noch knapp vor der vom Bund getragenen ETH mit ihren rund 25.000 Studenten. Durch diese ständig vergrösserte Studentenzahl wurde das Areal um die beiden Hochschulgebäude in den letzten beiden Jahrhunderten baulich immer mehr verdichtet. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts errichtete die ETH zusätzlich einen eigenen Campus auf dem Hönker Berg, die Universität im Quartier Oberstraß-Unterstraß, den Campus Irchel. Die Architektur des am prominenten Standort über der Altstadt liegenden Hauptgebäudes der Eidgenössischen Polytechnischen Schule, welche seit 1911 offiziell als Eidgenössische Technische Hochschule bezeichnet wird, inspirierte wesentlich den Ausbau der Stadt Zürich von der Provinzstadt zur mondänen Metropole. Heutzutage präsentiert sich das Hochschulquartier als modernes Bildungszentrum, bestehend aus historischen und zeitgenössischen Gebäuden mit zahlreichen sehenswerten Ausstellungen und Museen, welche hier erstmals zusammenhängend gezeigt werden. Bereits hier von der Bahnhofsbrücke aus sieht man links die ETH Zürich und rechts davon mit dem Turm die Universität Zürich. Nun begeben wir uns weiter zu Zentral, wo wir mit der Polybahn hinauffahren werden. Wir befinden uns hier an der Talstation der Polybahn, wo man alle drei Minuten mit dem normalen Bus- und Trambilett zur ETH hochfahren kann. Hier in der Polybahn hängen noch die schönen alten Lampen aus der Ursprungszeit. Die Polybahn wurde 1889 eröffnet und fährt direkt hinauf zur ETH. Ursprünglich war von dort eine weitere Bahn hinauf auf den Zürichberg geplant. Ein Projekt, welches wieder fallen gelassen wurde, nachdem bald darauf durch die Elektrifizierung der Straßenbahn auch diese den Zürichberg befahren konnte. Ab 1897 wurde auch die Polybahn elektrisch betrieben, nachdem sie zuvor mit Wasserballast fuhr. 1996 wurde die Polybahn vollständig saniert. Die alten Holzwagen wurden durch moderne, im alten Stil nachgebaute Metallwagen ersetzt. Sie läuft heute vollautomatisch. Die noch ursprüngliche Bergstation liegt zwischen dem 1841 erbauten Pfohnshaus und der Polyterrasse. Hier oben an der Bergstation sieht man noch die schönen alten Fenster und einen alten Führerstand. Neben der Bergstation liegt die ETH Zürich und die Polyterrasse. Hier von der Polyterrasse aus hat man eine wunderschöne Aufsicht über die gesamte Altstadt von Zürich. Die Polyterrasse wurde 1978 nach den Plänen von Charles-Edward Geisendorf fertiggestellt. Sie überdeckt die Leonhardstrasse und dient als unauffällige Erweiterung des Hauptgebäudes, in dem sie unter anderem eine große Mensa, Cafeteria und eine traumhafte Sportanlage beherbergt. Zuvor verlief die Leonhardstrasse direkt über den Vorplatz des Polytechnikums, wobei stadtwärts eine Parkanlage angelegt war. Hier im Hintergrund steht das berühmte ETH-Gebäude. Aufgrund dem eidgenössischen Gesetzesbeschluss vom 7. Februar 1854 wurde am 16. Oktober 1855 in Zürich die eidgenössische Polytechnische Schule verteilt auf mehrere auseinanderliegende Gebäude eröffnet. Nachdem Bern 1848 zur Bundesstaat gewählt wurde, sollte in Zürich als Ausgleich ein monumentales Polytechnikumgebäude entstehen, welches in Standort und Repräsentation das damals noch im Bau befindliche im Vergleich zu heute noch viel kleinere Berner Bundeshaus übertreffen sollte. Hierzu eignete sich der durch den Abbruch der Schanzen freigewordene Platz auf dem unteren Plateau des Zürichberges, denn dieser ist von der ganzen Stadt aus zu sehen. Am 2. Februar 1859 stimmte der Bundesrat den Plänen des Polytechnikum Architekturprofessors Gottfried Semper und dem Zürcher Staatsbauinspektor Johann Kaspar Wolf zu. Semper entwarf das Hauptgebäude, Wolf das aus Sicherheitsgründen separat dahinterliegende Chemiegebäude. 1864 konnte die Polytechnische Schule mit ihren 200 Studenten in das neue Gebäude einziehen. Die Universität belegte dessen Südflügel. Die Chemie war bereits 1860 teilweise bezugsbereit. Noch heute, rund 160 Jahre später, zeigt sich die stadtwärts gerichtete Westfassade und der vordere Teil der beiden Seitenfassaden in fast unveränderter Form. Das Graffito der beiden oberen Stockwerke auf der Nordfassade stammt aus der Erbauungszeit und zeigt unten 17 Medaillons mit dem Porträt berühmter Philosophen, Künstlern und Wissenschaftlern, oben die Wappen der damaligen 22 Schweizer Kantone. Ursprünglich wies das Gebäude zwei als Gartenanlage bepflanzte Innenhöfe auf, getrennt durch den mit einer Klosterkirche vergleichbaren, dreischiffigen, eingeschossigen antiken Saal. Die darin ausgestellten Gipsabgüsse der Skulpturen aus der Antike sollten die Studenten im Sinne der griechischen Philosophie inspirieren. 1915-16 wurden nacheinander das alte Chemiegebäude, der einbündige Osttrakt sowie der antiken Saal abgebrochen, um Platz für den Erweiterungsbau von Gustav Gull zu schaffen. Bis 1922 entstanden an die Rämi-Straße erreichende verbreiterte Seitenflügel, ein zweibündiger Osttrakt mit einer zentralen Kuppelrotunde und dem neuen Haupteingang gegenüber der Tramhaltestelle. Anstelle des antiken Saales entstand eine viergeschossige Halle, flankiert von zwei Hörsälen, welche in die noch oben offenen Innenhöfe reichten. Zwischen 1966 und 1978 wurden nach den Plänen von Alfred Roth, Charles-Edouard Geisendorf und der eidgenössischen Baudirektion die beiden Innenhof-Hörsäle aufgestockt, die Innenhöfe mit Glasdächern abgedeckt und mit Auditorien und Galerien gefüllt. Außerdem wurde die Bibliothek erweitert, auf dem Dach ein Dozentenfoyer errichtet und eine Tiefgarage unter dem östlichen Vorhof erstellt. Wir stehen hier auf der Polyterrasse vor dem alten Haupteingang der ETH. In der noch original erhaltenen Eingangshalle hinter der Westpforte scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Hinter der Treppe befand sich der antiken Saal. Seit dem Umbau von Gustav Gull ist die Halle mehrere Stockwerke hoch. Im ehemaligen Innenhof befinden sich Lernplätze und Hörsäle. In den östlichen Seitenflügeln von Gustav Gull befinden sich Wandmalereien aus der Industriezeit. Die meisten dieser 28 Gemälde stammen vom Architekten und Landschaftsmaler Wilhelm Ludwig Lehmann und wurden zwischen 1921 und 1931 gefertigt. Die Öl- auf Leinwandgemälde wurden auf die Wand aufgezogen. Noch heute wird das Gebäude ständig um- und ausgebaut. Unter der Kuppel liegt das von Marian Burkhalter und Christian Sumi 1997 ausgestattete Wiesdom. Darunter der Lesesaal der ETH-Bibliothek. Im Raum E43 befindet sich das Thomas-Mann-Archiv, wo sein ehemaliges Büro aufgebaut wurde. In den Räumen E45 und E46 befinden sich Wechselausstellungen. Stattwärts am Ende des Ganges im Raum E53 liegt die grafische Sammlung. In dieser Wechselausstellung wird die Grafiksammlung der ETH jeweils geordnet nach temporären Themen gezeigt. Diesmal werden Zeichnungen zum Thema Wolken präsentiert, wie dieses Porträt von Arnold Böcklin mit Wolkenhintergrund. Und dann wird die Grafiksammlung mit Wolkenhintergrund Im Prinzip ist das gesamte Gebäude ein Museum. Hier Augusto Giacometti 1935 oder dort Wilhelm Grimm 1955 oder die Semper Aula aus der Ursprungszeit des Gebäudes, ausgestattet als Kunstraum. Für Interessierte wird eine Gebäudeführung empfohlen. Wir verlassen das ETH Hauptgebäude durch den Haupteingang Ost und begeben uns etwas aufwärts entlang der Remi-Straße zur Kreuzung Remi-Straße-Tannenstraße, welche als Ausgangspunkt unserer vier Gebiete zur Besichtigung der Fachgebäude dient. Als erstes interessieren uns die Gebäude rechts der Remi- bzw. Universitätsstraße bis hinauf zur Haldenbach-Straße. Als nächstes kehren wir zurück Richtung Hauptgebäude, um die ETH-Bauten links der Universitätsstraße und Tannenstraße zu besichtigen. Danach begeben wir uns ins Universitätsspitalareal und kehren über die Gloria-Straße zurück zur Remi-Straße zur Besichtigung der Gebäude der Universität Zürich, welche abwärts der Remi-Straße liegen. Hier an der Kreuzung Tannenstraße-Remi-Straße steht rechts das Land- und Forstwirtschaftliche Institut und links das Chemiegebäude. Am Ende der Tannenstraße, an der heutigen Universitätsstraße 2, entstand 1874 das Gebäude der Eidgenössischen Land- und Forstwirtschaftlichen Schule. Der Architekt und Zürcher Staatsbauinspektor Johann Jakob Müller orientierte sich bei der Fassadengestaltung an Sempers Hauptgebäude. 1915, nach der Erweiterung des Gebäudes durch Gustav Gull, zeigte sich eine neue Fassade, zwei vorspringende Seitenflügel und eine deutliche Verlängerung in Richtung Schmelzbergstraße, wo eine große Terrasse zum Pflanzenanbau geschaffen wurde. 1923 fügte Gustav Gull das Institut für Haustierernährung direkt neben dem Chemiegebäude hinzu, in welchem Tierhaltung erfolgte. 1941 erstellte William Dunkel drei Gewächshäuser auf einem Sockelgeschoss und stockte 1955 den hinteren Teil der Land- und Forstwirtschaft auf. 1956 war auch Dunkels hoher Bürotrakt hinter dem Gewächshaus erstellt. Zwischen 1985 und 1993 wurde die Land- und Forstwirtschaft saniert und ausgebaut. Mitte der 1980er wurde das Gewächshaus durch einen gelben Bürotrakt ersetzt. Gustav Gulls kleines Gebäude für Haustierernährung und der hohe Bürotrakt von William Dunkel stehen noch heute. Hier im Land- und Forstwirtschaftlichen Institut befindet sich eine zoologische Sammlung. Die Sammlung steht in der Lichthofhalle des Gebäudes. In der dreistöckigen Halle befinden sich auf der obersten Etage Pflanzen, auf der mittleren werden in Schaukästen Forschungsergebnisse gezeigt und im Erdgeschoss steht die zoologische Sammlung. Hier kann man den unterschiedlichen Bau verschiedener Tierarten studieren. Hier beispielsweise sieht man den Unterschied zwischen einem Kugelfisch und einem Igelfisch. Hinter diesem Torbogen befindet sich das Polytechnikum Chemiegebäude. 1886 war das Polytechnikum Chemiegebäude von Alfred Blunschli und Georg Latius an der heutigen Universitätsstraße 6 bezugsbereit. Das alte Chemiegebäude hinter dem Polytechnikum Hauptgebäude war zu eng geworden und wurde von der Universität übernommen. Der viergeschossige Haupttrakt des Chemiegebäudes wird symmetrisch flankiert von zweigeschossigen Seitenflügeln. 1937 folgte ein hinterer Erweiterungsbau durch Otto Salwisberg, 1960 die Aufstockung der beiden rückwärtigen Seitenflügel. 1956 war links neben der Chemie an der Universitätsstraße 8 der erste Erweiterungskomplex für organische Chemie erstellt worden. Hier im Chemiegebäude befindet sich ein Chemielaboratorium für Studenten, welches zum Studienraum umgebaut wurde. Die hohen Gänge mit Säulen und Bögen spiegeln den Zeitgeist ihrer Entstehung wieder. Im Raum F31 befindet sich ein altes Studentenlabor, welches dezent als Studienraum umgebaut wurde. Tatsächlich entsteht hier noch der Flair der alten Laborräume des 19. Jahrhunderts. Weiter oben an der Universitätsstraße wurden neben dem Erweiterungsbau in den nächsten Jahrzehnten noch zwei weitere Gebäudekomplexe erstellt, welche bis zum Ende der Baumallee rechts reichen. Hierzu wurden die entsprechenden Grundstücke erworben und die Wohnhäuser abgerissen. An der Kreuz- und Spönnli-Straße, Universitätsstraße, entstand 1962 die physikalische Chemie, wo Richard Ernst und Kurt Würtrich ihre Nobelpreise erarbeiteten. 1975 wurde der weiter unten liegende zweite Erweiterungsbau mit seinem Hochhaus fertiggestellt. Heute befinden sich im alten Chemiegebäude die Computerwissenschaften und in den neueren Gebäuden die Umweltwissenschaften. Hier an der Haldenbach-Straße 14 befindet sich das Moulagenmuseum. Etwas oberhalb der neueren Chemiegebäude, neben der Tramhaltestelle Haldenbach, liegt das Moulagenmuseum des Universitätsspitals Zürich. Moulagen sind Wachsabgüsse von Hautkrankheiten lebender Menschen. Diese wurden direkt beim Patienten bemalt, was eine authentische Darstellung der Krankheit ergibt. In diesem kleinen Museum werden 600 der rund 2000 Exponate umfassenden Sammlungen ausgestellt. Es dient Medizinstudenten zur Prüfungsvorbereitung und ist am Mittwoch und Samstag jeweils nachmittags als öffentliche Ausstellung zugänglich. Die zum Teil über 100 Jahre alten Präparate zeigen auch Krankheiten wie dieses tuberkulosebedingte Zungengeschwür oder diese fortgeschrittene Syphilis-Hautmanifestation, welche man aufgrund der heutigen frühzeitigen Antibiotika-Therapie nicht mehr sieht. Hier ein durch Parasiten verursachtes grossflächiges Exzem der Schamregion, dort ein durch Bakterien verursachter Verunkel im Gesicht. Seit der allgemeinen Einführung der Farbfotografie in den 1950ern werden praktisch keine Moulagen mehr hergestellt. Wir verlassen das Moulage-Museum und kehren zurück Richtung ETH-Hauptgebäude, um das Areal nördlich der Tannenstraße zu erkunden. Hier im Naturwissenschaftlichen Institut befindet sich unter anderem das Geologische Museum. An der heutigen Soneckstraße 5 wurde 1912 auf dem Grundstück der ehemaligen Brauerei Seiler und der Wiese talwärts der Clausiusstraße das von Gustav Gull entworfene Naturwissenschaftliche Institut der ETH fertiggestellt. Die Hauptfassade an der Soneckstraße wies über den beiden Eingangsbögen Giebeldächer auf, welche in die Seitenflügel führten. Zusammen mit dem Hinterflügel gegen die Clausiusstraße bildeten sie eine glasbedeckte viergeschossige Lichthofhalle, wo die naturwissenschaftliche Sammlung präsentiert wurde. Nach den Plänen von Alfred Roth war 1971 das Gebäude um 40% Nutzfläche vergrößert worden, indem es aufgestockt wurde und die beiden unteren Stockwerke des viergeschossigen Lichthofes mit einem Hörsaal, zwei Auditorien und darüber einem Sammlungsraum ausgefüllt wurden. Nach dem zweiten Umbau war 2009 der Sammlungsraum entfernt worden, so dass heute die Lichthofhalle dreigeschossig ist und dadurch wieder imposanter wirkt. Der Brückenbau über die Clausiusstraße sowie der Westteil des Gebäudes wurden nicht aufgestockt und erscheinen heute äußerlich in ihrer ursprünglichen Bauweise. Der Eingang des Fokus Terra erscheint hochmodern. Zur Überraschung des Besuchers liegt das Museum in einem alten Innenhof. Über mir hängt ein durch die Luft gewirbeltes Lavagestein, das aufgrund seiner runden Form als Bombe bezeichnet wird. In diesem Kasten sehen wir erstarrte, fliessende Labermassen. Natürlich befasst sich das Museum auch mit der Schweizer Geologie. Im Untergeschoss neben den Hörsälen befinden sich die über 100 Jahre alten Alpenmodelle des berühmten Schweizer ETH und Universitätsgeologen Albert Heim. Hier das Sentes-Gebiet. Auf dem Innenhof-Turm kann der Besucher Gesteinsproben unter dem Mikroskop selber untersuchen oder den Blick über die Halle schweifen lassen. Hinter dieser Fassade verbirgt sich das alte Maschinenbaulaboratorium. Schräg gegenüber der Land- und Forstwirtschaft bzw. Chemie wurde im Jahr 1900 an der Sonneckstraße 3 das von Benjamin Röcordant entworfene Polytechnikum Maschinenbaulaboratorium eröffnet. Im charakteristischen hohen Turm lagerten Hoch- und Niederdruckwasserbehälter für hydraulische Versuche. Auf der Rückseite gegen die Clausiusstraße war eine eingeschossige Maschinenhalle mit einem Rundbogenportal angebaut worden. Daneben ein kleines Heizwerk, welches zum Teil in der Maschinenhalle untergebracht war. Bereits 1909 wurden aus Platzgründen Erweiterungsprojekte geplant. Durch den Ersten Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise wurde erst 1930 mit dem Um- und Erweiterungsbau nach den Plänen von Otto Rudolf Salwiesberg begonnen. Die Fassade des Altbaus wurde dem neuen Erweiterungsbau angeglichen und es entstand eine große Dachterrasse, welche 1948 aufgestockt wurde. Das kleine Heizwerk wurde in den 1930ern von Salwiesberg durch ein großes Fernheizkraftwerk mit einem Hochkamin und Kühlturm ersetzt. Nachdem die Privatgrundstücke an der Tannenstraße erworben werden konnten, war 1972 das Maschinenbaulaboratorium 2 von Charles-Edward Geissendorf erstellt worden. Direkt hinter dem Eingang Tannenstraße des Maschinenbaulaboratoriums 2 befindet sich das Maschinenbaulaboratorium. Hier unten befindet sich die Halle des alten Maschinenbaulaboratoriums. Im Stockwerk Gürt des alten Maschinenbaulaboratoriums zeigen sich die Gänge vor den Seminarräumen noch weitgehend im Ausbaustil der 1930er Jahre. Die aufgestellten Verbrennungsmotoren sind meist jünger. Nun gehen wir Richtung Polybahn zum Empa-Gebäude. Gegenüber dem Frunzhaus war 1891 das Gebäude der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt, die Empa, an der Leonhardstrasse 27 erstellt worden. Das zweistöckige Gebäude mit zwei einstöckigen Seitenflügeln war bald zu klein geworden, so dass es 1907 im selben Baustil insgesamt um eine Etage aufgestockt wurde. 1998 wurde das dahinter liegende hellblaue Institutsgebäude Clausiusstraße fertiggestellt. Der Raum zwischen diesem Gebäude und der Empa wird durch eine lange Glashalle ausgefüllt. Diese ist durch den Eingang Tannenstraße 3 direkt hinter der alten Villa leicht erreichbar. In ihr befindet sich eine Mensa, welche selbst im Winter den Flair eines Straßencafés ausstrahlt. Von der Empa gehen wir zurück zur Kreuzung Tannenstraße, Rämi-Universitätsstraße und begeben uns neben der Land- und Forstwirtschaft in die Schmelzbergstraße. Neben dem Land- und forstwirtschaftlichen Gebäude liegt die Schmelzbergstraße, wo sich die Sternwarte befindet. Von 1861 bis 1864 wurde auf der grünen Wiese, unweit des Universitätsspitals, die von Gottfried Semper entworfene eidgenössische Sternwarte erbaut. Das Observatorium war von internationaler Bedeutung bei der Erforschung der Sonne. 1911 wurde das kleine Observatorium beim heutigen Eingangsbogen hinzugefügt, 1952 der Sonnenbeobachtungsturm. Nachdem die umliegenden Gebäude immer näher rückten, wurde der Betrieb der Sternwarte 1980 eingestellt. Von 1995 bis 1997 wurde die Sternwarte aufwendig restauriert. Die Beobachtungskuppel kann in Führungen besucht werden. Das kleine Museum im Erdgeschoss ist für Besucher geöffnet. Hier ist der Eingang zum Museum. Diese kleine, aber feine Ausstellung gibt einen Einblick in die Astronomieforschung des 19. Jahrhunderts. In diesem Museum befinden sich astronomische Instrumente aus der Sammlung von Professor Rudolf Wolf. Hier die Sonnenuhren. Und hier Vermessungsgeräte. Heute befindet sich in der Sternwarte das Collegium Helvetikum, ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der ETH Zürich. Beim Ausgang der Sternwarte am Ende der Sternwartstrasse lag früher das alte Physikgebäude. Hier an der Gloria-Strasse 35, wo heute dieses braune Bauwerk steht, stand früher das alte Physikgebäude. Abseits, inmitten der Reben, wurde 1890 das von Alfred Blunschli entworfene Polytechnikum-Physikgebäude fertiggestellt. Es stand an der Aussenkurve der heutigen Gloria-Strasse 35. Doch die idyllische Umgebung änderte sich bald. Aus chronischen Platzgründen wurden im Laufe der nächsten Jahrzehnte weitere Aus- und Anbauten ausgeführt. 1950 war das Gebäude für Schwachstrom- und Hochfrequenztechnik auf der Talseite des Physikgebäudes angebaut worden. Bereits 1930 war Bergwärts des Physikgebäudes, das Gebäude der Versuchsanstalt für Wasserbau, erstellt worden. Danach dessen Erweiterungsbau rechts im Bild, welcher 1952 bezugsfähig war. Ebenfalls in dieser Periode entstand der Hörsaalanbau zwischen der Rückseite des Physikgebäudes und der Versuchsanstalt für Wasserbau. 1974 wurde das Physikgebäude abgerissen und 1980 durch das Zentralgebäude für Elektrotechnik ersetzt, heute Informationstechnologie und Elektrotechnik. 2016 erlitt die dahinterliegende Versuchsanstalt für Wasserbau dasselbe Schicksal. Die Natursteinmauer am hinteren Ende des Gebäudes für Schwachstrom- und Hochfrequenztechnik symbolisiert noch heute die Westfassade des alten Physikgebäudes, dem ersten ETH-Bauwerk auf diesem Areal. Etwas weiter unten, an der Gloria-Strasse 19, befinden sich die Überbleibsel der alten Anatomie. Unterhalb des Physikgebäudes war zwischen 1837 und 1842 das langgestreckte Universitätsspital nach den Plänen von Gustav Albert Wegmann und Leonhard Zeugherr erstellt worden. Die Anatomie lag an dessen Ende als separates Gebäude. Bis auf die Anatomie wurde das alte Universitätsspital 1951 abgerissen. Heute ist der Hörsaal der einstigen Anatomie der einzige Zeitzeuge der alten Universitätsspitalanlage und wirkt etwas verloren zwischen den immer näher rückenden hohen Gebäuden. Bis 1983 diente sie fast unverändert der Ausbildung von Medizinstudenten. Danach wurde sie aufwendig zum modernen Ausbildungszentrum für Pflegeberufe umgebaut. 2023 wurde dieses einstige Mikroskopier- und Präpariergebäude abgerissen, um dem bergwärts im baubefindlichen achtstöckigen Spitalkomplex seine maximale Größe zu ermöglichen. Im Inneren wurde die Anatomie in den 1980ern im modernen Stil umgebaut. In der 200 Meter entfernten Pathologie neben der Sternwarte befindet sich noch dieser restaurierte alte Hörsaal. Der weitaus ältere und schönere Hörsaal im Anatomiegebäude wurde vor 40 Jahren durch zwei Schulungsräume ersetzt. Bis in die Mitte der 1930er verlief die Gloria-Straße in einem Bogen um die Anatomie und mündete am Ende des Parks zusammen mit der Zufahrtsstraße zum Zentralgebäude des langgestreckten Universitätsspitals in die Rämi-Straße. Heute ist dieser alte Teil der Gloria-Straße ein Parkplatz, welcher aber mit der Fertigstellung des derzeit im Bau befindlichen Universitätsspitalkomplexes oberhalb der Anatomie bald in eine Grünanlage umgewandelt wird. Gegenüber der alten Kreuzung entstand 1894 die Augenklinik des Universitätsspitals. Weiter südlich der Rämi-Straße, in der verlängerten Achse des Anatomie-Hörsaales, war bereits 1884 das Physik- und Physiologiegebäude fertiggestellt worden. Auf der anderen Seite, etwas weiter abwärts der Rämi-Straße, war 1908 die Erweiterung der Kantonsschule und das Chemielabor der Universität bezugsbereit. Die bereits 1842 erstellte Kantonsschule liegt etwas tiefer im Bogen der Rämi-Straße. Das Hauptgebäude der Universität war erst 1914 bezugsfertig. 1894 wurde an der alten Kreuzung Gloria-Straße-Rämi-Straße an der heutigen Rämi-Straße 73 die Augenklinik des Universitätsspitals eröffnet. Das Gebäude wurde entworfen vom Semper-Schüler- und Staatsbauinspektor Otto Weber. 1953 übersiedelte die Augenklinik in das neu erstellte Universitätsspital, sodass nach geringfügigen Änderungen der Innenräume das Archäologische Institut mit seiner Sammlung und die Kunstgeschichte einzog. Mit dem Bau des dahinterliegenden Universitätshauptgebäudes wurde erst 18 Jahre später im Jahr 1912 begonnen. Hinter dieser Tür kann die Archäologische Sammlung besucht werden. Direkt hinter dem Eingang befindet sich die Archäologische Sammlung. Im Erdgeschoss stehen bewachte, jahrtausendealte, originale Exponate aus der Antike, wie man sie nur aus Büchern kennt. Im Untergeschoss ist die Abgusssammlung der Universität untergebracht. Viele dieser Kopien griechischer Meister standen früher im antiken Saal des Semper-Hauptgebäudes und später nach dem Bau des Universitätsgebäudes in dessen Lichthof. Auch im ersten Geschoss stehen weitere Exponate und fügen sich nahtlos in die Architektur des Historismusgebäudes ein. Durch die großen Fenster lassen sich hier die Skulpturen auch bei Tageslicht betrachten. Neben dem hinteren Haupteingang des Uni-Hauptgebäudes, etwas abwärts an der Rämi-Straße 69, liegt das alte Physikgebäude der Universität Zürich. 1884 wurde das von Staatsbauinspektor Otto Weber entworfene Gebäude bezogen und beherbergte neben der Physik bis 1983 auch die Physiologie der Medizinischen Fakultät. Bis 2014 war in diesem Gebäude das Medizinhistorische Institut mit einem interessanten Museum für Medizingeschichte untergebracht. Nach der umstrittenen Entlassung des Nationalrates und Museumsleiters Prof. Christoph Mörgerli im Jahr 2012 war das Museum geschlossen worden. Danach wurde 2014 das Medizinhistorische Institut an die Winterthurer Strasse 30 verlegt und dort in das Institut für Biomedizinische Ethik integriert. Hinter mir ist das alte Physikgebäude der Universität. Hier im Physikgebäude wurde alt und modern kombiniert. Hinter der Physik neben dem Universitätsgebäude liegt das Botmerhaus. Direkt hinter dem Physikgebäude liegt an der Schönberggasse 15 das um 1638 erbaute Botmerhaus. Ende des 17. Jahrhunderts sollte es für den Bau der Schanzen abgerissen werden und wurde deshalb von der Stadt gekauft. Nachdem die Schanzen dann doch um das Haus herumgebaut werden sollten, erwarb es das Mitglied der Schanzenbaukommission, Hans Heinrich Heidegger. Ab 1739 wohnte und kaufte Johann Jakob Botmer das Gebäude. Als Professor für helvetische Geschichte und Politik am 1525 gegründeten Collegium Carolinum, welches heute als Rechtsvorgänger der Universität Zürich angesehen wird, bekam er unter anderem 1775 und 1779 Besuch von Goethe. Heute gehört dieses Gebäude zur Universität Zürich. Hier sind wir vor dem Eingang des alten Chemiegebäudes der Universität. 1908 wurde das von Hermann Viet Senior entworfenen Gebäude für das Chemielabor der Universität und die Erweiterung der Kantonsschule an der Remi-Strasse 74-76 eröffnet. Das Gebäude wies einen großen, oben offenen Innenhof auf. Beim Umbau von 2004 durch Santiago Calatrava wurden die beiden straßenabgewandten Flügel aufgestockt und der Innenhof durch eine gestreckte Glaskuppel gedeckt. Die Gebäudefronten der Remi-Strasse und Zürichberg-Strasse blieben weitgehend unverändert erhalten. Heute befindet sich in diesem Gebäude das Rechtswissenschaftliche Institut der Universität Zürich. Hier drin befindet sich eine moderne Bibliothek. Hier sind wir im Inneren des Unikemi-Gebäudes. Im alten Innenhof unter der Glaskuppel wurde über die gesamte Gebäudehöhe eine eindrückliche Bibliothek mit einer schiffartigen Holzverkleidung angelegt. Während des zwölf Sekunden dauernden Aufstieges mit dem Glaslift laufen die Etagen des Lesesaales wie ein Film vor den Augen des Besuchers ab. Oben angekommen beobachtet man die ähnlich ablaufenden Parallelwelten auf den einzelnen Stockwerken. Gegenüber dem Südflügel der Chemie an der Zürichberg-Strasse 8 entstand 1866 im Auftrag des Zürcher Baumwollhändlers Johann Heinrich Vierz ein von Gottfried Semper entworfenes Geschäfts- und Lagerhaus mit privaten Wohnräumen. 1910 wurde das Gebäude von der Stadt erworben und nach dessen Umbau zog die kantonale zahnärztliche Schule ein. Die Rückseite der Villa Vierz mit ihrem ursprünglichen Eingang stellt sich als Stadtpalais im Renaissance-Stil dar. Heute beherbergt dieses Gebäude das romanische Seminar der Universität. Hinter mir liegt das alte Remibühl-Schulhaus. 1842 wurde die Kantonsschule Remibühl an der Remistrasse 59 bezogen. Gustav Albert Wegmann entwarf sie nach dem Vorbild der Berliner Bauakademie. Die große Parkanlage erstreckte sich weit hinab bis zum Heimplatz. Erst der 2021 fertiggestellte Erweiterungsbau des Kunsthauses schnitt das Schulhaus vom Heimplatz ab. Bis 1976 war das Gymnasium, abgesehen von wenigen Ausnahmen, eine reine Knabenschule. Die Mädchen wurden an den städtischen höheren Töchterschulen in Zürich und Winterthur unterrichtet. Heutzutage ist das Schulhaus von der Universität belegt. Im Inneren befindet sich ein kleiner Lichthof. Wir verlassen die Lümmelburg, wie das Schulhaus einst im Volksmund bezeichnet wurde, und kehren zurück zum Hauptgebäude der Universität Zürich. Das neue Hauptgebäude der Universität sollte auf dem Areal zwischen der ETH Südfassade und dem Bodmerhaus entstehen. Hierzu mussten einige Gebäude rechts der Künstlergasse abgerissen werden. Das dreigeschossige Haus an der Künstlergasse 10, hier rechts vor der Polytechnikum Südfassade, stammte von 1836. Hier war die Blinden- und Taubstummenanstalt untergebracht. Das Haus links an der Künstlergasse 15 mit den charakteristischen Doppelgiebeln von 1630 steht noch heute. Unterhalb des Blindenheims an der Künstlergasse 8 befand sich ein Wohnhaus, welches seit 1813 von der Zürcher Künstlergesellschaft für Ausstellungen benutzt wurde. Nachdem das Künstlerhaus zu klein geworden war, wurde 1847 direkt daneben, auf demselben Grundstück an der Künstlergasse 6, das von Gustav Albert Wegmann entworfene erste Kunsthaus der Stadt, das Künstlergürtli, erstellt. Es hatte einen repräsentativen Eingangsbogen. Das darüber liegende Bodmerhaus von 1638 steht noch heute. Weil der Südflügel des Polytechnikum-Hauptgebäudes für die Universität zu eng geworden war, wurde mit der Volksabstimmung von 1908 ein neues Gebäude bewilligt. So wurde zwischen 1912 bis 1914 direkt neben der ETH das Universität-Hauptgebäude nach den Plänen von Robert Gruriel und Karl Moser erstellt. Aus Rücksicht auf das bestehende altgenössische Semper-Polytechnikum sollte die neue kantonale Universität stockwerkmäßig tiefer liegen. Durch den monumentalen Turm jedoch erschien sie aber am Ende noch imposanter als das alte Semper-Gebäude, weshalb dann auch die ETH mit der Erweiterung von Gustav Gull um 1920 einen Kuppelbau erhielt. Die auf Beschluss des Zürcher Regierungsrates 1833 gegründete Universität bezog 1835 das an die Augustinerkirche angebaute Gebäude am damaligen Fröschengraben hinter der heutigen Bahnhofstraße. Sie fasste neben ihrer neu gegründeten Philosophischen Fakultät die bestehenden Schulen für Jurisprudenz, Medizin und als Theologie das seit 1525 am Grossmünster gelegene Collegium Carolinum zur Universitas Turicensis zusammen. Das Collegium Carolinum wird noch heute im Siegel der Universität mit dem Grossmünster und Karl dem Großen symbolisiert. Die Universität Zürich ist die erste Universität, welche von einem demokratischen Staatswesen gegründet wurde und eine der ersten Universitäten im deutschsprachigen Raum, an welcher bereits 1840 Frauen zugelassen waren. Nach der Fertigstellung des Polytechnikum Hauptgebäudes 1864 zog die Universität in dessen Südflügel und 1914 in das neu erstellte Universität Hauptgebäude. Die archäologische Abgusssammlung, welche zuvor vor allem in der Mittelhalle des Polytechnikums stand, wurde nun im imposanten Lichthof des Uni-Hauptgebäudes ausgestellt, bis sie 1953 im Gebäude der ehemaligen Augenklinik untergebracht wurde, wo sich von da an auch das Archäologische Institut befand. Noch heute befinden sich in der Lichthofhalle des Hauptgebäudes die Reliefs aus der Ursprungszeit des Gebäudes. Heutzutage wird die Halle als Cafeteria, Diskussions- und Selbststudienraum benutzt. Der Lichthof ist das eigentliche Zentrum des Gebäudes. Die ihn umgebenden Gänge führen in die Büros, Vorlesungs- und Seminarräume. In der Aula hielt Winston Churchill 1946 seine bekannte Rede an die akademische Jugend der Welt. Im Nordtrakt des Hauptgebäudes gegenüber der ETH-Südfassade an der Karl-Schmid-Strasse 4 befindet sich ein, auch für Kinder geeignetes, beliebtes Ausflugsziel, das Naturhistorische Museum der Universität Zürich. Hinter uns befindet sich der Eingang des Naturhistorischen Museums der Universität Zürich. Hier sieht man einheimische Vögel. Neben mir ein ausgewachsener Eisbär. Hier ist das Skelett eines Riesenfaultieres. Dort ein Riesengürteltier. Wir sind am Ende des Rundganges angelangt. Hinter dem Museumsausgang führt die Karl-Schmid-Strasse stadtwärts zu einer langen Treppe, über welche der Besucher zu Fuß direkt hinunter zur Altstadt, Richtung Predigerkirche und Zentralbibliothek gelangt. In Gedanken noch die unvergesslichen Eindrücke der Gebäude und Museen des Zürcher Hochschulquartiers. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018